Ich kann jeden von allem überzeugen. Ich hab mal einem Typen erklärt, eine verlassene Lagerhalle wäre die US-Notenbank. Ich bin echt gut. Und du bist Nicky Spurgeon. Sie nennen dich Mellow. Es ist nämlich eine Wissenschaft, die Menschen dazu zu bringen, dir zu vertrauen. Und dann versetzt man ihnen den Todesstoß. Ich will mitmachen. Ich berühre dich hier, stehle von da. Dann berühre ich dich da und stehle von hier. Ich stelle mich neben dich. Du klasme doch jetzt nicht eine, oder? Wieso? Und wenn du wüsstest, wo meine Hand war? Ich hab sowas wie dich noch nie gesehen. Wer ist das Mädchen? Ihr Name ist Jess. Sie ist unsere Praktikantin. Besorgst du's, der? Hi, ähm, ich bin hier. Nein, Farhad, ich besorg's dir nicht. Solltest du aber. Es gibt zwei allein Menschen auf dieser Welt. Den Hammer und den Nagel. Und du musst entscheiden, was du sein willst. Fürs Herz ist kein Platz in diesem Spiel. Gratuliere, du bist eine Kriminelle. Was ist mit dem ganz großen Ding? Du meinst, das eine Ding, mit dem wir so viel Geld machen, dass wir uns zur Ruhe setzen, uns Jachten kaufen und die Möpse machen lassen? Es war nicht leicht für mich, sie zu finden. Meine Ingenieure versprechen, dass sie den Sieg garantiert. Kein Risiko. Bist du dabei, oder nicht? Ich bin dabei. Das einzig Wichtige ist dein Fokus. Wir kriegen das Paket in 48 Stunden. Codes, Dokumentation, Analyse. Bist du ein Opfer? Du kennst mich nicht schon vergessen. Er hat uns durchschaut. Und ich möchte dir gern zeigen, es geht Männer zu verarschen. So wie ich dich gerade verarscht habe. Wow. Wow. Liebe ist tödlich in diesem Geschäft. Leck ihren Fokus auf dich, dann kriegst du alles, was du willst. Vielleicht liegt sie an den K.O.-Tropfen, aber es war echt lustig. Im Kino. Eine letzte Fahrt. Nein, ich steh nicht hin. Ja! Ja!